Hallo und herzlich willkommen zu meiner kleinen Reihe, wie erstellt man objektorientiert eine Softwareanwendung. Wir machen das ja am Beispiel von C-Sharp mit dem Model View Controller Pattern. Und wir hatten uns bis jetzt ja damit beschäftigt, wie wir diese Objekte überhaupt definieren, also wie die aussehen sollen, wie man die instanziiert. Und dann haben wir in der letzten Einheit uns ja Vorüberlegungen gemacht, wie wir es verbrauchen an Funktionen, um eine Benutzungsoberfläche zu bauen. Und da hatten wir ja festgestellt, jetzt müssen wir uns irgendwie Gedanken machen, wie wir an die Daten kommen. Und das machen wir jetzt. Also in dieser Einheit geht es darum, wie komme ich eigentlich erstmal grundsätzlich an die Daten zur Laufzeit. Jetzt hatten wir uns ja schon ein bisschen damit beschäftigt, wie diese Oberfläche aussehen soll. Aber hier oben diese Ecke, die haben wir immer so ganz real in der Ecke stehen. Ja, hier ist irgendwie eine Quelle und da kann man irgendwie Objekte bekommen und die dann entsprechend filtern. Da müssen wir jetzt auch nochmal einen Blick drauf werfen, wie das denn genau funktioniert. Da kann man sich jetzt überlegen, wie man das macht. Ich habe das jetzt einfach mal in drei Schritte unterteilt. Also wir haben mal ganz grundsätzlich irgendwo einen Speicher. Aus dem kann ich dann die Daten laden oder es gibt vielleicht auch irgendwelche Daten, die erst generiert werden. Also da möchte ich jetzt an die Daten dran. Dann mache ich das in der Regel so, dass ich eine Abfrage mache. Und bei dieser Abfrage stellt sich jetzt die Frage, was brauche ich, wie viel brauche ich, in welcher Reihenfolge brauche ich das. Also wenn ich jetzt zum Beispiel so eine Bestellung mache, dann könnte ich ja sagen, zeig mir mal diese Bestellung an, aber pro Seite nur 10 Einträge, also so 10 Bestelldatensätze. Ja, weil könnten Sie sich vorstellen, dass es sonst irgendwie einen erschlägt. Ja, das heißt, da müsste ich ja im Prinzip abfragen, gibt mir alle Bestelldatensätze, die zu dieser Bestellung gehören, aber nur die ersten 10 oder die zweiten 10 oder die dritten 10, sodass ich das dann darstellen kann. Die Frage ist auch, in welcher Reihenfolge brauche ich das. Also ich könnte mir ja vorstellen, dass ich sage, zu einer Bestellung, das soll, was weiß ich, nach dem Artikelnamen sortiert sein, alphabetisch oder irgendwie sowas. Das heißt also, die Frage ist, was brauche ich, in welcher Reihenfolge brauche ich das. Das heißt, ich muss filtern aus meinem globalgalaktischen Datenspeicher, was ich genau brauche. Ich muss es unter Umständen zusammenfassen, also was weiß ich, möchte nur die Summe haben von irgendwas. Und ich kann die Reihenfolge festlegen, also die Order. Und dann, dann passiert ja das, was wir eigentlich machen wollen, dann wird irgendwie verarbeitet. Also jetzt kann ich irgendwie mit den Daten, die zum Beispiel darstellen, indem ich darüber iteriere und jedes Mal irgendwie so eine Darstellungszeile erzeuge. Oder ich kann sie ausdrucken oder sonst irgendwas. So, und was dann eben noch passieren kann, wir haben es ja schon mal gesagt, wir brauchen so eine Konvention, dass alles, was ich verarbeite, auch wieder in dem Speicher landet. Also im Prinzip am Ende muss es einfach alles wieder eingespeichert werden. Sonst funktioniert es nicht, sonst ist bei der nächsten Abfrage fehlt halt was. Das ist ja genau das, was wir nicht wollen. So, das sieht dann so aus. Da gibt es einmal natürlich C Sharp. Also die Frage, wie mache ich das mit Objekten, die ich einfach in C Sharp angelegt habe. Also ich könnte ja so eine Liste, da kann ich einfach drüber iterieren, kann ich auch filtern. Können sagen, was weiß ich, nur jeden zweiten Datensatz, dann habe ich es gefiltert. Es gibt aber auch noch was anderes, das heißt Link Queue. Und das werden wir uns auch noch ein bisschen anschauen, weil das die Sache doch dramatisch vereinfacht für uns. Wir haben jetzt mal hier so die einzelnen Befehle aufgelistet. Das schauen wir uns ganz am Ende nochmal an. Ich gehe jetzt einfach alles hier exemplarisch durch, also in C Sharp hätte ich halt instanzierte Objekte und in Link Queue habe ich einen DB Context, das ist ein Datenbank Context. Das ist im Prinzip die Verbindung zur Datenbank. Und dann sehen Sie, gibt es hier recht ähnliche Befehle, die gehen wir gleich einfach alle mal durch. Dann sehen Sie die, oh ja, und beim Abarbeiten, da kennen wir ja im Prinzip schon, dass wir das mit ForEach machen. Also ich kriege irgendwie eine Liste von Objekten irgendwo her. Und wenn ich jetzt zum Beispiel die darstellen möchte, dann gehe ich die Liste einmal durch und stelle jeden einmal da. So haben wir das ja bisher auch immer gemacht. Jetzt die Frage Link Queue. Also das Link Queue heißt Language Integrated Query und das ist eine Abfragesprache für Daten aus Datenquellen. Und die ist direkt in C Sharp und Visual Basic .NET integriert. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wofür brauche ich eine Abfragesprache? Das ist auch keine Besonderheit jetzt von .NET oder C Sharp. Die brauche ich nämlich eigentlich immer. Schauen wir uns nochmal an, warum wir die brauchen. Also wenn wir jetzt sagen, das ist unsere Architektur, da hatten wir ja schon mal drüber gesprochen. Also hier unten ist irgendwie so ein Datenbankmanagementsystem und hier ist irgendwie so die Anwendung mit der Logik. Und hier oben kann ich dann eben über so verschiedene Benutzungsoberflächen das Richtung Anwender auskoppeln. Dann sieht das ja in der Regel irgendwie so aus. Also hier gibt es irgendwie diese Anwendung und hier ist irgendwie das Datenbanksystem. Und dazwischen ist das Netzwerk und dieses Datenbanksystem muss in der Regel noch auf die Festplatte zugreifen. Das sind also die beiden Dinge, die uns hier ein bisschen einschränken, die uns also quasi von der Geschwindigkeit her einschränken. Also erstmal muss ich natürlich die Frage stellen, welche Daten ich überhaupt transportieren will. Also wenn ich zum Beispiel hier in dieser Logik einen Kasten habe, die jetzt zum Beispiel für so eine Bestellung den Gesamtpreis ausrechnet. Dann müsste ich nach dieser Darstellung den kompletten Bestelldatensatz einmal hier rüberladen, immer gucken, was der kostet und das dann aufaddieren. Und dann würde ich hier alles von der Festplatte laden und hier alles durchs Netzwerk durchpopeln. Und dann kommt irgendwie am Ende mit irgendeiner Geschwindigkeit das Zeug bei mir an und dann arbeite ich da drauf los. Das kann man ja schon sehen, dass das nur so semi clever ist. Das wäre ja viel besser, wenn ich jetzt einen Teil der Logik hier reinpacken könnte. Das heißt, ich formuliere in einer Abfragesprache, also die Logik erzeugt diese Abfrage. Abfragen an das Datenbankmanagement-System, die schon relativ nah an dem sind, was ich eigentlich brauche für eine Darstellung oder für eine Verarbeitung. Das heißt also, wir versuchen jetzt über so eine Abfragesprache möglichst viel von der Logik ins Datenbankmanagement-System zu kriegen, weil wir uns dann mindestens den Teil sparen und je nachdem, wie clever das hier gemacht ist, auch noch ein Teil davon. Weil wir das Ganze für zwei Sachen benutzen. Einmal fürs Aggregieren, also auf der Datenbankseite zum Beispiel schon so eine Summe oder eine Maximalwertsuche oder so einen Durchschnitt verwenden. Aber wir benutzen es auch zum Filtern. Also wir sagen nicht, schick uns mal den kompletten Artikel-Stammsatz, den wir brauchen, sondern nur die 5, 6, 7, 8 Attribute, die mich für diesen Anwendungsfall interessieren. Und das ist dann im Prinzip der Filter, der dann dafür sorgt, dass die auch nur von der Festplatte geladen werden müssen. Und so wird es dann in der Summe hoffentlich deutlich schneller, als wenn wir es anders machen würden. Und bevor wir uns da jetzt in irgendwelchen theoretischen Überlegungen ergehen, habe ich jetzt einfach mal die wichtigsten Sachen als Beispiel mitgebracht. Und dann gehen wir jetzt einfach mal durch und dann sehen Sie, wie das funktioniert. Also ich habe hier oben mal so eine Reihe von Print-Methoden angelegt, damit wir nachher was auf dem Bildschirm sehen können. Also dass man es einfach nur mit Print aufrufen muss. Da können wir die mal eben ausprobieren. Und da sehen wir, alles klar, also das OK und das Ausgeben funktioniert. Also wenn wir so eine Liste ausgeben, dann haben wir hier so eckige Klammern und dann sind die Sachen aufgelistet. Und wenn ich einfach ein String ausgebe, dann wird der direkt ausgegeben. Jetzt hatten wir ja festgestellt, dass dieses Aufzählen nicht unbedingt nur eine Eigenschaft von Arrays sein muss, sondern verallgemeinerbar ist. Dieses IEnumerable sagt ja, ich bin aufzählbar. Und hier in dem generischen Typ steht drin, was ist denn in mir drin. Das heißt also, wenn ich die jetzt frage, gib mir mal, dann werden Integer rauskommen. So, und jetzt habe ich einfach mal hier für die Fibonacci-Folge was implementiert. Ja, wir haben ja gesagt, es gibt mehrere Möglichkeiten, an die Daten ranzukommen. Wir können sie generieren oder wir können sie laden. Wir machen jetzt einfach erstmal eine Generation von Daten. Es gibt nämlich zusätzlich zu diesem IEnumerable noch die Möglichkeit, einzelne Elemente zurückzugeben. Das heißt, was wir jetzt hier machen, es gibt hier dieses Yield-Return. Das gibt ein einzelnes Element zurück. Und das kann man derart benutzen, dass man sagt, ich möchte eine Reihe von Elementen erzeugen. Und dann schreibt man Programm. Und dieses Programm gibt eben nicht eine Reihe von Elementen zurück, sondern immer das nächste. Das heißt, wenn das abläuft und hintereinander die Daten verarbeitet werden wird, immer wieder dieses Programm ein Stückchen weiterlaufen lassen. Und jedes Mal dann gibt es was zurück. Was ich jetzt hier gemacht habe, ist die Fibonacci-Folge. Das heißt, ich habe hier meinen letzten und vorletzten abgespeichert. Dann habe ich hier eine Schleife. Also er soll jetzt hier so oft, wie ich Count angebe, durchlaufen. Und dann wird ja immer der letzte mit dem vorletzten addiert, um den nächsten zu ergeben. Dann gebe ich den vorletzten zurück. Dann mache ich den vorletzten zum letzten und den letzten zum nächsten. Und dann laufe ich eben hier durch. Und jedes Mal, wenn ich die Schleife durchlaufe, gibt der mir hier das zurück. Aussehen tut es so. Also ich habe jetzt hier mal so eine Print. Das heißt, wenn ich jetzt hier Fib 40 aufrufe, kommt hier eine Auflistung von 40 Zahlen. Und diese 40 Zahlen, die haben wir jetzt hier mit dem Print einmal ausgegeben, sind eben die. Das sind die 40 ersten Zahlen der Fibonacci-Folge. So, und hier schauen wir uns jetzt mal an dieser Liste das erste an. Wir hatten ja gesagt, wir wollen unter Umständen nicht alles haben, sondern nur ein Teil. Und das Einfachste, was man machen kann, ist einfach ein Teil nicht zu benutzen. Also mit Skip. Hier gibt es den Befehl Skip. Also wir sehen hier dieses von da bis da. Das ist ja eine Enumeration, also so eine Auflistung von Zahlen. Und die hat jetzt die Eigenschaft Punkt Skip. Und was dann da rauskommt, also dieses Ganze, das ist jetzt auch ein IEnumerable. Und zwar vom gleichen Typ wie das Fib 40, also auch voller Integer. Aber die ersten 15 sind übersprungen. Schauen wir mal. Also wenn wir das jetzt hier vergleichen, sehen wir, alles klar. Hier, die da, von der Fib 40, schauen wir uns das nochmal an. Die Fib 40, da ist die 610. Und die bis dahin sind einfach übersprungen. Der Rest bleibt wie es ist. Ja, das kann ich auch weiter treiben. Es gibt dann noch ein Take. Ein Take nimmt aus einer Enumeration einfach eine bestimmte Anzahl raus. So, wenn wir jetzt hier schauen, dann sehen wir, alles klar. Also das hier wären alle Zahlen der Fibonacci-Folge bis 40. Also bis zur 40sten. Das hier wäre eine Aufzählung aller Zahlen ab der 16. Und das hier nimmt daraus 5 Stück. Das heißt, dieses ganze Konstrukt müsste jetzt 5 Zahlen enthalten. Und zwar ab der 15. Stelle. Und siehe da, hier ist unsere 610. Die kennen wir schon. 1, 2, 3, 4, 5. Hat er jetzt also 5 rausgenommen und uns hier angezeigt. Also bis hierhin alles super simpel. Und das kann man natürlich nachher benutzen, um zu sagen, ja, ich möchte gar nicht alles haben, sondern ich möchte eben nur einen bestimmten Teil haben. Und dann holt er auch nur einen Teil aus der Datenbank. Gut, wir sind jetzt hier noch nicht auf der Datenbank. Wir sind hier erstmal mit lokalen Variablen unterwegs. Aber das Prinzip ist genau das Gleiche. Soviel jetzt erstmal zu den ganz einfachen Abfragen. Also gib mir die ersten 5, gib mir die nächsten 5 und so weiter. Das wird ja im Normalfall nicht reichen. Wir brauchen ja normalerweise irgendwie eine Abfrage für Objekte, die bestimmte Eigenschaften haben. Und das schauen wir uns jetzt im nächsten Schritt an. Da geht es dann um zusätzliche Abfragemethoden, where und select und so weiter.